hallo meine lieben mitzocker und mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zum let's play von south park stick of truth mit mir dem guten nutucker aufs brot und wir sind gerade hier im darm vom mr slave und versuchen eine atombombe zu entschärfen jetzt da oben ist doch ein versteckte alien sonde müssen wir mal ein nagasaki machen hallo na komm schon geht's nicht wunderschön jetzt kommt ich doch traf es ist okay wo kann ich mich jetzt hierhin hier das scheint auch der reguläre weg zu sein was hängt da oha da ist ja noch jemand drin der Mann haben wir nicht lange gestand jetzt sind sie noch mal gestand merkwürdig machen wir uns direkt mal die ägyptischen Belagen rein sehr schön so wie sieht es hier aus ein Scharfschützer und ein Scharfschützer ah verdammt das geht nur bei Leuten die nebeneinander sind da machen wir Professor Chaos das habe ich schon lange nicht mehr gemacht let's see how you like killing with me was ist das Armageddon kam ja tschüss schraubenzieher was macht der denn in dem Arsch gehen wir mal weiter ich glaube wir kommen langsam der bombe näher die hier der cool alles und hallo lui base ich bin Mk "'Tata-ta-ta-fish' tiny sodium o hid T 두-tri-cat-ta-ta-ta-fi-trisches dr'St pic äh sehr krise Wie Officer Qu Kotata, Fisch, Mido, will soon be told. Es gibt nur Momente, um zu verbreiten. Find einen Weg, um zu verbreiten, oder alles wird verloren. Anscheinend muss ich da jemandem befehligen. Ähm, ok, Gruppe, 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 wer könnte das denn... Probieren wir mal Kenny... Nein... Kenny kann's auch nicht... Probieren wir mal Stan... Geht auch nicht... Dann... Jimmy... Wo ist die Kommande, mein Freund? Jimmy kann's entsch... Ok... Ah ja, die Behinderung hat ein Zeichen, ok. Dann mach halt auch... Okay, dann gehen wir mal hoch, hm. Was haben wir hier? Über den Mittler und öffnen. Ok... Ok... Da kenn ich doch irgendwo her... Ah... Ah... Wow... Nuke'em down! Ey... Mach das weg! Mach das weg! Hallo! Hallo! Äh... Laden... Das klingt doch gut! Dann wird's hier kurz nochmal aufmachen... Zack, zack, zack! Und dann... Die Gruppe wechseln... Auf... Jimmy... Und dann... Speichere ich jetzt mal kurz... Arsch von... Mr. Sklave... Zack, zack... So... Wo ist die Kommande, mein Freund? Ups... Du solltest die Komödie... Mal hoch! Wir wählen jetzt nochmal... Und dann... Snook Abortion Sequence Initiated... Begin Elektrolytik Infusion... Christmas time is once a year... Dangerous... Little arterial rupture... Hallo? Ow! Jesus! Ow! Jesus! Jesus! Ähm... Ist das vielleicht... Es kann nicht sein, dass das da regulär so ist... Oder? Hm? Warte, ich wollte das Spiel schon planen... Na egal... Hm... Ich denke mich wahrscheinlich die Zuschauer, dass mich ultra dämlich anstellen... Begin Elektrolytik Infusion... Begin Elektrolytik Infusion... Begin Elektrolytik Infusion... Begin Elektrolytik Infusion... Jetzt... Das geht... Okay... Gegen den Uhrzeiger rein... Um die Lator B in Platz A zu stecken... Ehm... Okay... Cold... So cold... Danger... Abortion access... Slit stress... Abortion access... Slit dilated... Initiate control chip removal... Es ist einmal ein Jahr... Es ist Weihnachtsmann... Wenn wir hören, wie Weihnacht nur kommt... einmal ein Jahr... Ich habe noch nie eine Abtreibung an einer Atombombe gemacht... Also von daher... Verzeiht es mir... Ehm... 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 Snook abortion sequence initiated... Begin Elektrolytik Infusion... Ehm... 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 Cold... So cold... Danger... Abortion access... Slit stress level... Abortion access... Slit dilated... Initiate control chip removal... And it happens once a year... It's once a year at Christmas time... When we hear about how Christmas mommy comes... Once a year... War ich jetzt zu langsam oder was? Habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Aaaaah... Grimms... Ahh... Talalalalalala... Talalalalalala... Talalalalala... Yo... Where is it? Oh, ich bin so glad... Oh, ich bin so glad... Snook abortion sequence initiated... Begin Elektrolytik Infusion... Ah, cold, so cold, danger, abortion access, split stress level, abortion access, split dilated, initiate control chip removal. Wrong chip, wrong chip, ow. Not that, I needed that. Wrong chip, self-destruction sequence, aborted. No! Pfft. God's side down. What is it, Mr. Slave? What are you feeling? Jesus! Jesus Christ! Great job, you kid. But your journey is not yet complete. Yes! What should we ever need your services again? We will come. Great job, you've just earned the Snook. Salpark is saved. Yes, now let's finish this new kid. Let's be clad once and for all and take back the stick of truth! Krone der Analfreuden. Und die Kondomkappe. Gerippt für ihr Vergnügen. Fügt 110 Rüstung zu. Wohne kannst du mal anlassen. Jetzt habe ich hier. Ritter Rüstung. Mhm. Klingt eigentlich auch ganz gut, aber weil Kürra hat wiedergeburt, das ist besser, glaube ich. Was? 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 Wie immer? Und da auch so. Dann äh. Ja, weiter im Text. Gehen wir jetzt nochmal da rein. Äh, nein. Ja, zerstören. Äh, 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 Ja, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers? Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Ha-ha. I've got another surprise for you. Ho-ho. Man Bärschwein. Nee, Schiffkoch, okay. Ich werde auch dir lieben, du Mann! Ahhhhhhh! F***! Kommt ihn, Commander-Dich-Pack! Wir machen alle lieben lieben. Hör! plagen mann vorweg der hält einiges aus muss man sagen wie es ist angliedert kann nichts essen na super dann schlaflied wenn er überhaupt schlafen kann wahrscheinlich eh im wund dagegen sehr gut kann ich ihn aber noch heilen meine base ist besser mein dad mein sleep Was können wir denn noch machen? Wir warten noch eine Runde auf den braunen Ton. Und der ist gegen alles immun, so wie Kacke. Brauner Ton. Sehr gut. Ui! Scheiße! Scheiße, ich bringe dich zurück in die Leben, kümmern dich! Ich kann nicht bluten, das ist aber fies. Das ist aber fies. Watch and be amazed. And now for my next trick. There once was a Maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she sat apart. The Maiden from Stoneberry, who is also your mom. I had to do that. I have to do that. Oh, I have to do that. I have to go. What? I have to go. Okay. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Da... Ach du lieber! Zeit für die Krim. Hey, die Klöten. Hey, ich habe dich aus dem Tod. Du musst übernehmen. Übernehmen! Oh, oh. Ha, 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 ha! Oh, der hat aber jetzt auch ordentlich was übergekriegt. Stopp, wie Hitler und töte diese B******! Ich bekomme extra Krim. Scheiße! Liedern. Los! No, no! Liedern. 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 Ach du lieber! Hallo Kinder! so beat it children what have I done shit is this you or some Nazi trick why does everyone like you you don't even talk that makes a lot of damage hello it's coming Chefkoch 21.000 that is Das ist doch mal krass. Beschneidesense. Na ja, muss ich mal heilen. Ja, Pants-Shitty! Ach, da sind wir auch wieder. Wo bin ich da jetzt? Er hat irgendwie nicht seinen Buff entfernt. Ja, egal. Er zählt wohl nicht als Buff diese Angriffsstimmung. Ach du Liebe! Hallo Kinder! BAM! Ich bin sorry Leute! Er ist tot, aber ich glaube nicht, dass er ziemlich nicht tot ist. Ich bin zurück! Ich bin zurück! Das ist genug! Ha 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 ha! Hör sie! Hör sie! Ihr Eons von Torment sind am Ende, Ruler der Schmerzen. Oh, okay, um... Ich bin nicht mehr zu spielen. Du hast die Regeln des Sticken. Für das habe ich dich verraten. Ich verraten dich aus dem Raum! Hör sie! Hör sie! Hör sie! Oha, der kommt doch auch nochmal zurück! Meine Damen und Herren, dein Wettbewerb ist am Ende. Und für alle deine Wettbewerbs, und für alle deine Zeit, ich hierherberte dich. Als King-Douchebag! Herzlichen Glückwunsch! schnell! Jetzt kommen wir zurück zur Sicherheit, bevor jeder kann das... Wir haben ihn! Wir haben den Drogenborn! Drogenborn? Was? 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 So, es wirklich ist Drogenborn. Wir können uns nicht stoppen, wie ein Thorn in unseren Signen. Er muss sich die Wahrheit wissen. Wie weiß der Mann, King-Douchebag? King-Douchebag? Das ist das, was du sagst ihm dein Name war? Warum nicht du sagst ihm dein Real Name, Dovahkiin? Du nicht erinnerst, wie du? Wie wir versucht dich zu finden? Look, das Stick belongs mit den Fighters of Zoran. Give es zurück. Fighters of Zoran? Oh Gott. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until four years ago when we investigated a child. Yawn, yawn, yawn. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No. His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was five years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit, you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet, all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... But then... I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... I control the universe! Get back. Back, I say. All of you. I can do anything. Anything I want. Eeeh. Und du kannst das alles für dich selbst immer wiederholen. Ich kann dir das alles! Ich werde mich aus hier sicher aus! Du kannst das alles mit dem Team regieren! Du hast die Charakter der Zahran-Karriere verletzt. Was findet uns mehr als das Relic? Und du hast es nicht zu erkennen, die Charakter unserer Allianz. Ja, und das Freundschaft ist mehr wichtig für uns, als sogar die Wahrheit. Dude, where are you going? Princess Kinney! At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited, and plotted, all this time, to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the Stick of Truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs to explain, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Princess Kinney, come back here! Oh, man. So, jetzt ist aber mal hier, äh, Ende von der Folge. Also, über 30 Minuten sind wir jetzt. Äh, ich sag jetzt Tschüss, danke fürs Einschalten, und in der nächsten Folge geht's weiter. Macht's gut. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017